Willkommen zurück zu Let's Play Sword Art Online Realo Fragment. Im letzten Part haben wir mehrmals gesehen, wie man Kirito angeln kann. Ich glaube schon im vorletzten Part, aber egal. Und wir haben jetzt einen Partner-Look für Kirito und Asuna und sind gerade auf einem Date. Und Eggel ist schuld, warum auch immer er sowas bekommen hat, aber... Asuna ist gerade irgendwo hingegangen. Vielleicht passiert ja jetzt noch was. Kommt sie wieder? Kommt sie nicht wieder? Wird sie bedroht? Werden wir angesprochen? Hm? Malzian? Wait, if there wasn't really anything on my lips, did she deliberately kiss me so people would see? Man, could she get any cuter? Wish she wouldn't leave me here all alone in full view of everyone, though. Not that the two of us side by side in these outfits is any better. In fact, it's probably worse. Guess I'll just have to get used to being in the spotlight today. Ach man, das war alles? Man hat nur matching outfits, kann ich nicht equippen, ne? Leider nicht. Leider nicht. Wow. Ja gut, schade. Wir haben noch eine neue... Och nee. Ja, darauf habe ich jetzt keinen Bock. Um das jede Ebene nochmal neu zu machen. Eieieieiei. Hey, Yui, thanks for holding down the fort while we were out. Eieieiei, thanks for holding down the fort while we were out. Eieieiei, thanks for holding down the fort while we were out. Eieieiei, you wanna be able to breathe for you? Eieieiei, thanks for holding down the fort, I guess. She's got a point, Osna. Even you can't go on like this forever. Ist es etwas, was du möchtest, um zu unwind zu machen? Oh, ich habe einen Ort zu gehen. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst, dass ich nicht in meinem Leben gehen. Ist das so? In diesem Fall, was wir warten? Ja. Ich denke, dass ich die Mama und Papa nicht so viel zu machen. Ist das so? In diesem Fall, was wir warten? Ich habe eine andere Seite. Ich werde das Essen machen. 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 Ich verstehe, Papa. Ich verstehe, Papa. Das ist wirklich etwas, Yui. Du warst wirklich etwas, Yui. Danke, Yui. Ich habe auch viel Spaß gemacht. Ich habe auch viel Spaß gemacht. Ich habe auch viel Spaß gemacht. Aber es ist nicht nur hier, dass ich nur hier sehen kann. Was bedeutet das? Hier gibt es nur ein glücklicher Geschenk. Das heißt ... ... ... das ist ... ... ein ... ... ein ... ... ein ... ... das ... 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 Die Cloth, die ich euch den letzten Tag gegeben habe, war so, dass wir uns einen Swim-Suit machen können. Ja, das ist richtig. Ich bin wirklich glücklich für die Yui-Chan. Danke! Komm mal, Mama und Papa, bitte. Ja, dann lass ich euch gleich gleich. Also, ich und Yui-Chan, ich bin mit dem Baum, also Kirito ist da. Okay. Oh, ihr beide sieht gut aus. Sie sind wirklich gut aus. Kirito-Chan, Yui-Chan, ist alles gut. Kirito-Chan. Papa, Mama, vielen Dank. Wenn wir hierher machen können, dann können wir auch ein衣装 machen können. Wie ist das? Ich habe das Gefühl, dass ich Papa und Mama gemacht habe. Ich habe das Gefühl, dass ich es für Papa und Mama gemacht habe. Ich habe das Gefühl, dass ich mich glücklich sagen kann. Kirito-Chan. Kirito-Chan. Hey, you two, instead of just standing there, why don't you come and take a dip? This lake's amazing. You can see right through the water to the bottom. And all the colorful little fish swimming about create this amazing kaleidoscope effect. ... Einmal, Kirito-kun, kassierig! Du bist nur in die Hände, in die Hände zu kommen! Entschuldigung, wenn ihr die ganze Zeit am Quatschen seid? Ja, Papa, kassierig! Ha, well, excuse me! You snooze, you lose! Was für jemanden? Hey, so you wanna play it like that, huh? Two can play it, that game. Hey, so you won't be able to play it like that! Yui-chan, go ahead and do it like that! I understand, Mama. Papa, be careful! Hey, two against one? In that case, you leave me no choice but to deploy the big guns. Yui-chan, be careful! Kirito-kun will be able to attack us! Papa... It's impossible to attack me! I don't want to attack me! I don't want to attack me like that! You're welcome, Papa! You're welcome, Papa! You're welcome, Papa! You're welcome! That's it! You're welcome! You're welcome! Hey, no fair! I expected better of you, Yui! Ugh, stop! It's going up my nose! You're welcome! Yui has the power! Ugh, what a beautiful spot! Thanks for telling us about it, Yui! No, no... If you're happy to be happy about it, I'm just happy to be happy to be here! I think the most beautiful place is here in the Aincrad. So, please visit me to Papa and Mama. 22, where we had a beautiful place in our house, but... Denn, äh, das ist jetzt nur einfach so, yo, Event fertig, wir wissen nicht wo, keine Ahnung. Es ist weird, aber ich fühle mich hier, wie ich in unserer alten Haus bin. Ah, das ist auch ich, das ist auch so, ich fühle mich hier auf die Riffreche. Ich bin in 76, und habe mich nicht zurückgezogen, und habe mich nicht mehr zurückgezogen, und habe mich nicht mehr zurückgezogen. Deswegen, ich bin nicht anders als das Haus, aber ich habe mir gedacht, dass ich mich noch nicht in diesem Haus gekommen bin. Ich dachte, dass ich so etwas wie ein Wunsch zu tun habe. Ich dachte, dass ich so etwas wie ein Wunsch zu tun habe. Ich dachte, dass ich so etwas wie ein Wunsch zu tun habe. Yui... Was? Papa... Mama... Was war das? Papa... Ich würde mich mit zwei. Yui... Wenn du ein Schmerz bist, dann bitte. Aber ich möchte das machen. Es gibt keine Schmerz. Nur, es ist etwas warm. Das... 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 Sie muss be... ...talking über die Worms-Familie's-Love. Ich weiß, wie sie fühlt. Still for an AI like Yui to pick up on that, I guess it goes to show how much of a true family we've really become. Phew, I think I overdid it a bit with all it's swimming though. I'm gonna be sith come tomorrow. I didn't even manage it. That was one jumbo sized lake, alright. Besides, this spot Yui took us to have the better view by miles. I thought I would go back to the house of Yui and Mama and Yui. I don't think it's just a beautiful place. I think that's what I think. I think that is. I think it's because it's home. We are unlikely to find a way back to the Law of Lost now. Clearing the game will only return us to the real world, so we won't even be able to go back then. Still though, the most important thing is that the three of us can be together like this. If home really is where the heart is, well, then I'd say we are there right now, would you? Right here is in this inn. Homes, wherever you make it. Sure, I loved our home on the 22nd floor, but this place has its own charm. Besonder as there are all here. If only that the three of us could live together happily ever after in our very own home. But returning to the real world means that one day all of this will inevitably come to an end. Although, if the truly important thing is that the three of us are together, maybe there's a way in the real world too. It all depends on whether we can find a way to store UES data again. I'll need to give it some thought. Yep. Und das wäre sehr, sehr nice. Ich meine, du machst mit dir in der realen Welt ja sowieso immer, nehme ich sehr viele Experimente. Aber naja, es sind wiederum andere Sachen. So, dann haben wir sicherlich noch eine Nachricht. Thanks for spending time with me, no problem. Those matching clothes you got us were so cute, thank you. Going on a date made me so self-conscious. I had a great time though. Let's do it again sometime soon, okay? Aber only so kleiner bitte. I want to go swimming again. Yay! Ich war schon sehr lange nicht schwimmen. Seeing you and mommy so happy made me even happier. Next time I want to have a race to see who's faster in the water, daddy. Yo, aber ich glaube nicht einfach auf die andere Seite des Sees. Definitiv nicht. So, wer weiß. Offscreen musste ich gerade diese ganze Kacke wieder machen. So. Oh, wir haben die Hälfte der Events abgearbeitet in einer Session mit dem Labyrinth. Boah, ist viel. Äh, Trader's Way alone. Stroud from the Strain. Mit Leather. Wir haben es nicht am Tag, aber hier müsste Klein eigentlich was haben. Ah, okay. Wir haben also gezielte... Hey, hey, Kirito. Es war's nicht zu fast. Wow, jetzt kann ich das nicht offscreen machen. Mal gucken wie lange das geht. Ich habe eine Werte, die ich nicht erinnere. Ich habe das Gefühl, das Event wird lang. Ja, genau. Aber es ist gut, dass wir uns heute wiederholfen. Das war's. Es ist natürlich auch ein Leben für seine Reise. Oh, okay. Stilka, ich bin aus der Herzen von der Lüge geholfen. Ich habe es. Wow, so viele Teile sind sehr leit. Ich habe mir auch dazu bekommen. Ich hab mir das, was ich schon gemacht habe. Ich habe viel Geld, und ich habe mich für dich. Oh, Egil! Ich habe alle eine Zutatoren gekauft. Was hast du gesagt? Die Zutatoren der Party ist alles, was ich? Oh, oh! Ich habe mich nicht so gehört. Ich weiß nicht, was ich? Was? Was ist heute? Die Party heute ist der Kline von Kline? Lucky! Ich werde es gut. Kline, danke dir. Oh! Das ist so viel Geld. Okay, Kirito, ich habe den Karten. Ich habe meine Arbeit. Danke. Mama, danke. Dann können wir uns mit drei zusammen essen. Es tut mir leid, wenn man sich nicht mehr mit einem Schlauch verwendet, dann wird es schwierig, aber... Ich habe auch gedacht, dass ich den Kirito für den Kirito verwendet habe. Kirito, ist der Kirito sehr leid? Es hat viel Flavor. Es ist wirklich gut. Asuna hat mir geholfen, aber Eggles hat einige gute Küken-Skills. Das ist so? Dann habe ich auch ein Kuch. Hm, es ist gut! Die beiden sind sehr gut, Leute. Einfach machen, Leute. Oh, das ist schon mal eine Karte. Ich zeige dir das. Aber wieder mal muss kleine runterleiden. Ich hoffe, diesmal kriegt er aber was zu essen. Was ist das? Eine Karaoke-Maschine? Das ist das. Das ist das. Wir haben auch schon ein Karte. Was ist das? Mama, was ist das die Karaoke-Maschine? Um, einfach mal zu sagen. Was ist das für eine Karte zu singen? Da ist sogar ein Pop-Up-Display. Das ist wirklich gut gemacht. Und... Wait, wait, wait. Warum ist das in Ankara? Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, dass die Karte zu verhalten ist. Aber das hat die Karte zu verpaktionen. Wenn ich weiterfahre, dann war es aus wie eine Karaoke-Maschine. Es sieht aus wie eine Karaoke-Maschine. Aber soll das ein soort Magik-Maschine sein? Es könnte also eine Mirarspher-Maschine sein. Das ist alles. Wie geht's mit einer Saison? Und erst mal singt die Feuerwehr. Das heißt, dass du Kirito auch singst? Nein. Wenn du Kirito singst, dann auch ich... Ich bin ein bisschen traurig, aber... Das ist ein Karaoke. Ich habe keine Ahnung, aber ich kann auch singen. Ich bin ein Pass, oder? Nein, es ist nicht fair. Nein, 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 nein. Nein, das ist keine Ahnung. Aber ich will es nicht so, dass ich das singen. Wie heißt Kirito? Nein, 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 nein. Nein, ich mache das nicht. Ah, aber es ist schwierig, dass es nicht nur zwei, die zwei wissen, nicht wahr? Papa und Mama singen? Ich würde gerne hören. Nein, jetzt wird er sich wieder gezwungen. Dann können wir uns drei zusammen singen. Ja, ich würde Papa und Mama singen. Ah, 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 äh, 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 dann müssen wir uns das jetzt nicht ehrlich anhören, oder? Äh, äh, was? Was ist das? Was ist das, Klein? Du hast es nicht verstanden, oder? Nein, das ist nicht so. Das ist so. Mach's kaputt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist ein Schuss. Nein, das ist nicht so. Das ist ein Schuss für Eingang. Das ist ein Schuss für Eingang. Das ist dein, Mann. Das ist dein, Mann. Ich habe mich überrascht, als ich mich erwartet. Das ist das Schuss. Was ist das? Hey, ihr euch! Ich denke, dass ich nicht nur für mich, wenn ich mich liebte, dass ich mich liebte! Vielen Dank, Klein-San. Kommt, Leute, Klein ist weg, um die Quäste zu machen. So, alle können Spaß machen. Das stimmt, aber... Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Da ich nicht singen will, wird das nie passieren, also ging die Maschine kaputt. Ich auch! Ich auch, aber es ist gar nicht so. Ich meine, deine Erwartungen waren alle ein bisschen höher. Ja, aber ich konnte nicht warten auf Kline. Ich glaube, es gibt auch noch mehr Zeit. Ja, wir werden alle auf SAO gehen, wir sollten alle auf Kline gehen. Auf Kline, natürlich. Entschuldigung. Ich bin sehr froh. Oh, oh. Ich bin sehr froh. Okay, ich werde mir Silica schnappen, diese Freundesdinger irgendwie immer machen. Bis zum nächsten Mal. Der Part ist lang genug. Bis dahin viel Spaß und tschüss.